Also, so und genau in dem Modus geht es jetzt weiter. Kennen Sie Carpool Karaoke? Möglicherweise haben Sie Michelle Obama im Auto von Late Night Talker James Corbyn gesehen. Die haben dort gemeinsam Songs von Stevie Wonder und anderen gesungen. Das ist das entsprechende Foto dazu. Und wir haben das auch gemacht. Carpool Karaoke. Und zwar haben wir den Aufsteiger des Jahres als Taxifahrer losgeschickt. Die Aufgabe lautete, zehn Hits des Jahres einzusammeln. Mal schauen, ob er das hingekriegt hat. Max Giesinger. Hallo. Hereinspaziert. Wir sind in einem sehr besonderen Taxi. Aber dazu müsstest du singen. Es ist ein Karaoke-Taxi, in dem du gelandet bist. Okay. Geil das auch. Wir geben uns mal richtig Vollgas. Tschüss. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir So weit gekommen und so viel gesehen So viel passiert, dass wir nicht verstehen Ich weiß es welches, die Frage ist mir schon Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen Untertitelung des ZDF, 2020 Einer von 80 Mio. Max Giesinger! Max Giesinger! Max Giesinger, 18 Mio. Schöne Nummer, toll. Und live gesungen, großer Erfolg, tolles Album überhaupt. Sehr, sehr lohnenswert. Die ganz inoffizielle EM-Hymne. Und wir schauen einfach nochmal zusammen zurück. Das war die EM 2016. Schauen Sie mal.